freut mich dass ich dir helfen konnte behalte es dir geht es schon schlimm genug was kann was mehr kannst du dir nicht leisten nachdem ich deine familie gerettet habe nein behalte es du hast eine edelmütige seele freud und wir werden es dir danken müssen dass wir es durch das kommende jahr schaffen dir danken müssen sichere reisen mögest du in der kunst mögest du die kunst der götter finden so wir haben korn ist breite abgeschlossen ich überzeugte ist weh nur den müller und seine familie in ruhe zu lassen wir uns sein kumpan schien diesem ausgang der dinge eher enttäuscht zu sein aber der müller war erleichtert seine familie sicherheit zu wissen lieber wer ruft bei goldtahl ich bin glücklich und dann doch hier rein Grüezi. Wir beide trauen über den Verlust von Perli, aber das war das Wergeis wie ein Tieres. Na unten schüttelt ganz leicht den Kopf und du kannst seine Hände zittern sehen. Wieso solltest du so etwas Ungeheuliches behaupten? Ich hatte in der Höhle eine Vision. Ich sah die letzten Augenblicke in Perils Leben, so wie er sie erlebte. Ich sah, wie du ihn mit dem Messer niedergestreckt hast. Das ist unmöglich. Nun starte ich an. Wie solltest du das erfahren haben? Seine Hand fällt zu seinem Schwertküttel ab. Ich habe keine Spuren hinterlassen. Dort, warte. Inogret hebt eine Hand. Ich weiß nicht, was du in dieser Höhle gesehen hast, aber in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Perli, mein Ehemann, er war genauso ein Biss wie dieser Pär. Bei seinem ersten Wutausbruch versuchte ich zu gehen, aber er wollte das nicht zulassen. Mit schmerzvollem Gesicht schaute sie weg. Und als wir uns trafen, wusste ich, dass ich jemand Besonderes gefunden hatte. Jemand Gütiges. Jemand, dem ich etwas bedeutete. Bitte, wir wollen gar nicht mehr, als hier zu verschwinden. Woanders wollen wir, einen Neuanfang wagen wir. Sie schaut auf die Tasche hin herab. Wir haben einige Münzen gespart. Du könntest sie haben, sofern du uns gehen lässt. Klingt recht fair. Nein, ungeachtet des Grundes hast du den Tod als Malz verursacht. Ich werde dem Malestrat hierüber Bericht erstatten. Perli bekommt keine zweite Chance und ihr beiden habt auch keine verdient. Behalte euer Geld und beginnt damit ein neues Leben. Inogret, Prinz, sind überrascht. Na, danke, wirklich. Ich bin froh, dass du es verstehst. Hier, bitte nimm zumindest das an dich. Ich hoffe, es bringt dir Glück. Lächelnd schaut sie unten an. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ich wünsche dir viel Glück auf deinem eigenen Fremde. Das werden wir dir nicht vergessen. So, ein Ring. Der 5 Abwehr bringen würde. Die könnte aber allerdings, äh, Edda, er gebrauchen. Ja, lassen wir es mal bei Edda. Wobei Edda eh durch das dicke Schild recht hoch ist. Eigentlich sollten wir es eher Alov geben, für den Fall, dass er mal wieder gehauen wird. Aber, nö. Ist so gut, so wie es ist. Dann mal runter in die Tempelruinen. Da, wo wir schon seit einer ganzen Weile rein wollten. Ja, ich muss sagen, wir kommen gut voran eigentlich. So wie ich es geplant habe. Aber auch wenn die, diese Aufnahme-Session sich jetzt teilweise etwas gezogen hat, wieder mal. Ich bin schon seit gut 5, 6 Jahren nicht mehr hier gewesen. War mal richtig schön hier. Hell und warm. Die aufsteigende Sonne und die drei Dämmerungssterne, das Symbol von Erotas. Elendige Biester. Wer bist du? Gegen die Wand gelehnt, liegt im matten Licht der ausgehenden Wandleuchter ein Mann am Boden. Er hatte etwas hageres, fuchsartiges an sich und sein blechiges Gesicht ist schweißnaß. Der Ärmel des einen Arms, den er locker gegen die Seite hält, ist blutdurchdrängend. Als du dich ihm näherst, wirft er dir ein schmerzverzerrtes Gesicht einem ängstlichen Blick zu. Mit schmerzverzerrtem Gesicht. Sieh dich vor, falls du hineingehen willst. Er wirft einen schnellen Blick auf die Tür zu seiner linken. Dieser Ort ist nicht ganz so leer, wie ich angenommen hatte. Er schaut Erdha von unten an. Sollst du deinen Respekt, Eotasier? Er bringt ein schmerzverzerrtes Grinsen zustande. Ist das nicht ein bisschen riskant? Überleg dir nur, was die Dörfner sagen würden. Hier unten ist es sicherer als da oben, auch wenn die Ratten derart groß sind. Er nennt aus ausgelassener Stimme, mischt sich eine leichte Spur von Feindseligkeit. Dieser Teppel ist nicht das, was er einmal war. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, wenn ich mir überlege, in welchen Zeiten wir leben. Er stöhnt und zuckt, schmerzerfüllt zusammen, als er seinen Körper verlagert. Ich bin nicht zu blöder gekommen, falls du das vermutest. Und so einer wie er hier, auch nicht. Wird dann reist sein Kind in Richtung Edda. Ich glaube, ich wollte einfach nur Gutes tun. Und was hat mir das eingebracht? Dein zerkratzten Arm. Er sieht dich müde an. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Was ist dir passiert? Ich versuchte, den Spinnen auszuweichen. Er stößt ein leises Lachen auf. Bin auf einen Skulder gestoßen. Vielleicht wäre es mir etwas besser ergangen, wenn mir das Biest das Schwert nicht aus der Hand geschlagen hätte. Eine gute Klinge noch dazu. Wahrscheinlich liegt sie noch immer im Staub. Er lächelt müde. Bin ich aber nicht, also ist das schon in Ordnung. Jetzt keine Stimme wurde. Glaub mir, tut nur weh. Ich könnte dein Schwert für dich holen. Das ist aber nett von dir, aber das muss nicht sein. Es ist mir gar nicht gut bekommen. Solltest du es aber finden, kannst es gerne behalten. Wenn du mir etwas noch Wichtigeres besorgst, ist sogar noch mehr für dich drin. Mit seinem verletzten Arm, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Der Mann rüttelt mit einem Finger nach oben. Diese Ruinen um uns herum, früher waren sie ein Temp von Eotas, dem zerschmetterten Gott. Ein großer Tempel noch dazu. Aus dem ganzen Nürnwald strömten die Gläubigen hierher, selbst aus Vizeres. Heutzutage kommen aus Vizeres nicht mehr viele Leute. Natürlich nur bis zum Krieg. Und selbst dann kamen immer noch ein paar Sturköpfe, die es einfach nicht in den Schäden bekamen, dass die Gott nur der Vergangenheit angehörte. Geht weiter, worauf willst du hinaus? Ist das wirklich der richtige Augenblick für eine Geschichtsstunde? Für Sredrik hat ihnen das Beten gestattet. Ab und an ließ Fürs Sredrik diesen Rohr und Säubern ein paar Leute verhaften. Erst seit dem Vernechtnis begann, seine Gondol zu verlieren. Er schickte seine Wache los, um die Priester dem Schwerte zuzuführen, den Tempel einzuweisen und einige der Bücher zu verbrennen. Das war's dann. Er schaute weg. Geht weiter. Als das Vernechtnis anfing, beschloss Fürst Sredrik, dass er den Eintasianern gegenüber zum Mädel gestimmt war. Er hat sie von seinen Leuten alles auf dem Tempel niedermachen und sie da unten unter einem Haufen Felsen begraben liegen lassen. Danach ordnete Sredrik die Versiedlung des Tempels an. Jahrelang ist es so gewesen, bis vor kurzem. Fürst Sredrik hofft, dass man durch die Zerstörung des Tempels eines lebenden Gottes vergeben wird. Und damit wird auch das Vermächtnis hinverstehst du. Ich glaube, hier ist jetzt was falsch übersetzt worden. Ich glaube, durch die Weihung eines lebenden, des Tempels eines lebenden Gottes, nicht die Zerstörung. Weil eigentlich geht es ja darum, dass der Tempel jetzt Behrad geweiht werden soll. Bisher wird der Tempel aber so bleiben, wie du ihn jetzt siehst. Umgewacht und da genau kommst du ins Spiel. Myrtle leckt sich über die Lippen. Diese Priester, gut sie mögen ja kaum Grips im Schädel gehabt haben, aber solche Tote hatten sie auch nicht verdient. Im Hause ihres Gottes wieder gemessen zu werden, also wirklich, das finde ich einfach nicht richtig. Wenn du dort hinunter gehst und ihre sterblichen Überreste finden könntest, dann könnten wir ihnen endlich ein ordentliches Begräbnis verschaffen. Myrtle atmet aus. Keine leichte Aufgabe, du könntest noch ein paar Mütze verdienen, solltest du noch eine Motivation brauchen. Allausverhalten der Gesichtsausdruck wird etwas weicher. Was für eine angenehme Überraschung, dass es noch jemand mit einer Spur Respekt für die Toten gibt. Ich werde sie finden, so wie ich das sehe, solltest du eigentlich nicht hier drin sein. Sie sind schon lange tot, welche Rolle spielt das noch, wo sie begraben sind. Moment mal, du willst, dass ich dir ein paar alte Skelette inbringe? Zuerst sehe ich noch einige Fragen. So wie ich es sehe, solltest du nicht hier drin sein. Wird an Nacht düster. Naja, ich wollte eigentlich ganz schnell und flink hinein und wieder hinaus. Ich füge lieber einen Schaden zu. Aber Fürst Rennig hat allem verboten, irgendetwas mit dem zersplitterten Gott zu tun zu haben. Um das zu erklären, wäre ein bisschen schwieriger als bei dir. Es ist aber eine gute Sache, oder? Außerdem würdest du dir aber auch noch etwas verdienen. Erst habe ich noch ein paar Fragen. Ja? Warum kannst du das nicht selber machen, weil er verletzt ist? Naja, ich habe es versucht. Ich war noch gar nicht weit drin, als ich der Sache schon nicht mehr gewachsen war. Wird anziehen deine Grimasse. Ich habe schon lange keine Klinge mehr zum Kampf erhoben. Wie es sich herausgestellt hat, kann man das auch durchaus verlernen. Du aber siehst so aus, als könntest du nicht deine Haut erwehren. Und wer bist du überhaupt? Wird angrinnt sich schwach an. Wird an heiße ich. Ich habe lange genug in Goldthal gelebt, um mich daran erinnern zu können, wie prachtvoll es eins gewesen ist. Er zog mit den Axel und schaut weg. Ich halte manchmal beim Tempel aus. Ich brachte ihnen Vorräte. Das ist alles. Hat für das Rennrecht nicht jetzt was dagegen, wenn wir da unten herumgraben? Ich würde ihm jedenfalls nichts davon erzählen. An diesem Ort zu verweilen ist für niemanden gut. Wenn du deine Aufgaben mal schnell und leid sehr erledigst, könnten wir diesen Priestern ohne großes Theater Gerechtigkeit widerfahren lassen. Was ist dieses Vermächtnis? Hat dir der Magistrat das nicht gesagt? Der Dürrwad wird für die Ermordung von Eotas bestraft oder aber je nachdem, welchem Idiot man glaubt dafür, dass wir seine Anhänger nicht gleich auch ins Jenseits befördert haben. Wie auch immer, hier werden nicht sehr viele normale Kinder geboren. Sie kommen raus und sie weinen nicht und ihre Mütter schauen sie auch nicht an. Sie haben keine Seele, die ihnen eine Persönlichkeit geben würde. Sie atmen nur. Wirtan eugt Edermüter an, wie der Mann schon sagt. Die Leute halten es für Weifels letzten Lacher, denn selbst für einen toten Gott wirkte auf mich ein wenig kleinlich. Er lächelt schwach. Fürst Rennig aber glaubt es nur, glaubt, fürst Rennig aber glaubt es nur darauf kommt es an. Ist es möglich, dass da noch etwas liegt, das ein bisschen wertvoller als ein paar alte Knochen ist? Nein, das frage ich nicht. Ich habe keine weitere Fragen. Also was sagst du? Ich werde sie finden. Da schaue ich dir wirklich was bei der Flamme. Aber pass auf, da der Tempel schon lange versiegelt ist, wimmelt es jetzt da drin nur so von Kreaturen. Sollst du da mal an ihm vorbeikommen, so findest du die Priester im unteren Kellengeschoss. Wenn sie noch da sind, dann dort. Diese Priester hatten allerlei Geheimkammern. Scheiter in den Wänden, präparierte Wandläucher, solche Sachen. Halte die Augen offen und pass da unten auf dich auf. Ich würde nur irgendjemanden hinunterschicken, um deine Überreste aufzusammeln. Ich werde hier meine Stufenwahn und Ausschau halten. Vielleicht werde ich auch versuchen, mich ein bisschen zusammen zu flicken. Ja, begrabene Geheimnisse. Vers Rennig hat beschlossen, den verlassenen Eotas Tempel im Goldtal einer neuen Gottheit zu weihen. Der Tempeleingang wurde geöffnet, wodurch der Tempel zum ersten Mal seit vielen Jahren zugänglich gemacht wurde. Im Tempel traf ich auf einen Mann namens Wirtan, der mich gebeten hat, die Ruinen nach den Überresten von Eotas Priester zu durchsuchen, die Rennigungswachen ergeblich vor vielen Jahren abgeschlachtet haben. Wirtan erwähnte, dass der Tempel voller Geheimkammern sei und dass ich die sterblichen Überreste wahrscheinlich im unteren Kellengeschoss des Tempels finden würde. Wirtan wartete mich aber auch, dass der Tempel von Spinn und Skuldur heimgesucht wird. Ja. Da wir hier in einem Tempel-Dungeon sind. Na, hat jemand was verloren? Nö, niemand. Und was hat die Flamme verbreitet? Notiz eines Indizierenden. Dieses Stück Pergament ist in relativ gutem Zustand, aber die Tinte drauf ist verblichen. Du kannst ein paar Stellen mit sorgfältiger Schönschrift erkennen. Besucher zur Ritualebene. Rektrix und Bricka sagt, Erlösung sogar für diese ergessen und die größte Glocke zuerst geschlagen, statt als zweites. Der Rest ist unleserlich. Also die große Glocke muss als zweites geschlagen werden. Hier hätten wir Rastvorräte, die wir gerade nicht brauchen. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier unten lang. Hier ist nämlich doch mehr Spinnzeug. Noch eine Elfenbeinspinne. Diese Möbelhaufen zeugt von Randspuren. Oh, Kada wird angegriffen. Das ist nicht so gut. Oh ja, Kada hat ein bisschen was einstecken müssen. Er hat schon 30 Lebenspunkte verloren dadurch. Wer auch immer hier saß, ist hastig aufgebrochen. Die über die ganze Schriftschriftgeschichte Realität macht ihren Inhalt unleserbar. Ja, hier haben wir eine Tür zum Öffnen. Eine Geheimtür, die uns tiefer in den Tempel reinführen würde. Die brauchen wir aber erstmal noch nicht, die Geheimtür. Die können wir eher als Ausweg benutzen. Ein Brief nach Hause. Mutter, ich habe Bruder Edric gebeten, mir diesen Brief zu überbringen, da er am nächsten Morgen nach Neuheu mal reisen wird. Ich gebe ihm alle Münzen mit, die ich habe und ich hoffe, dass dies die Überraschung einer unerwarteten Heimkehr mindern wird. Ich beabsichtige nämlich, in wenigen Tagen zu folgen. In unserem Dorf hat sich viel verändert und obwohl ich nicht möchte, dass du dich sorgst, muss ich doch sagen, dass es nicht sicher wäre, hier zu bleiben. Ich weiß, dass Edrics und Bricka nicht zustimmen wird, aber der Brief endet hier. Wahrscheinlich hat er den genau an dem Abend geschrieben, wo Edrics Leute hier eingedrungen sind. Und das war dann wohl sein Ende. Und der ... Untertitelung des ZDF, 2020